Hi, ich bin Tim. Hi, ich bin die Naomi. Ich bin 23 und im zweiten Semester an der Goethe in Wirtschaftswissenschaften. Ich liebe den Standort Frankfurt, weil von vornherein die Unternehmen super mit der Goethe-Universität zusammenarbeiten und sofort Einführungsveranstaltungen gegeben werden, in denen Praktikas und werkspörenden Jobs angeboten werden und auch der Einstieg in die Karriere danach super leicht gemacht wird. Ich bin 20 und im vierten Semester, ich studiere auch hier an der Goethe und zwar mit der Idee, mich früher oder später selbstständig zu machen. Die Goethe hat viele, viele Vorteile. Im Studium lernen wir viele Theorien über die Wirtschaft, wie der Markt funktioniert, die verschiedenen Beziehungen zwischen den Teilnehmern. Frankfurt ist eine super tolle Stadt, wenn es um Wirtschaft geht. Es ist eine Metropole, man kann sich schnell vernetzen, es gibt viele Unternehmen, daher bin ich auch im SIC tätig. Es ist eine von vielen studentischen Initiativen. Man lernt da sehr viel, auch praxisorientiert und ich kann es wirklich jedem empfehlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sprechenberg Sprechenberg